Musik Boah, haben wir noch viele Bögen, ey. Hammergeil. Oh, das war Kies, das gehört nicht in die Corviston-Kiste. So, äh, lalalalalala, Kohle. Kohle, Wertsachen, Westen, oder Kohle? Wo haben wir denn das Flint reingeschmissen? Bei Dings mit rein. Bei Gravel, stimmt, da haben wir es. Obsidian, wo haben wir das reingeschmissen? Hier in die Alleskiste, glaube ich. Ja. Stimmt, äh, ups. Dann haben wir da noch La-Pizza-Lazuli. La-Pizza? La-Pizza-Lazuli, ja. Auf einmal haben wir La-Pizza-Lazuli ja so viel, ey. So, zwei Eimer hab ich noch. Wo haben wir eigentlich die Schleimbälle? Waren die auch hier? I don't know. Öfen schmeiß ich auch mal. Scheiße, voll. Da nicht, hier haben wir noch eine Alleskiste. Das ist nähter, das ist nähter. What? Hier haben wir auch schon voll viel Kohle drin. Hast du hier die ganze Kohle gerade reingeschmissen? Was? In die eine Alleskiste? Äh, da ist die Kohle drin. Ja, aber in der einen Alleskiste war gerade mega viel Kohle. Ne, die hab ich da eigentlich nicht reingeschmissen. Boah, ganz ehrlich, ey. Ich mach ne extra, wir haben jetzt so viele Kisten, ey. Ich mach ne extra Kohlekiste. Ich frag mich auch, wie wir es eigentlich hinkriegen, hier so viele scheiß Kisten zu haben. Mob, duop, mob, duop, mob, duop. Wir müssen dann auf jeden Fall nochmal Schilder erneuern für die neuen Kisten, ey. Mach mir gleich mal ein paar neue Schilder. Wir haben noch voll viele Schilder. Ja, stimmt, wir haben noch voll viele. Aber dann gib mir halt mal ein paar. Ich weiß nicht, wo die sind. In welcher Kiste? Über der Holzkiste. Okay, die Eimer packe ich auch einfach mal in die Alleskiste. Ach, da sind ja eh schon 15 drin. Nur 15. So, dann ist hier oben die Redstone, ja, die Redstone-Kiste, hier ist die Kohlekiste. Boah, Eier. Die Öfen kommen da hin, so, das kommt da wieder raus. Dann hier haben wir 16 Schilder. So, und hier Justin und STRG und Q. Äh, STRG und Q. So, da ist ein ganzer Stick. Wusstest du, du hast eigentlich schon mit STRG und Q. Hab ich dir, hab ich es dir erzählt? Weiß ich nicht. I don't know. Ich muss meinen, ich glaub, ich muss, ich glaub, wir müssen uns mal wieder Dia-Spitzhacken. Ach, hier ist doch noch eine Dia-Spitzhacke. Ja, die nehmen wir mal mit, die Eisenspitzhacke. So. Ach, scheiße, jetzt hab ich den Bogen rausgeschmissen. So, zack, haben wir hier eigentlich noch... Was ist eigentlich ein Sattel hier drin, ey? So, hier holst du und jetzt mal rakt der Sattel da. Ach, hier sind die ganzen Schleimbälle, okay. Ey, die gehören ja auch nicht rein. Wieso, die sind doch... Ach so, jetzt sind sie ja nicht mehr wertvoll. Ja, stimmt, deswegen gehören sie da jetzt nicht mehr rein. Sie haben da mal reingehört, weil sie mal wertvoll waren. Was sie im Moment aber auch nicht unbedingt mehr sind. Guck mal, sieht das nicht wunderschön aus hier? Jetzt bist du weggerannt. Hm, ich reiß grad die Dings der Münster hier ab. Es ist Zuckerröhr und hier... Ich hab grad mal alles, äh... Alle Redstone-Erz hier einfach mal im Keller rumgebaut. Jetzt baue ich mit Glück drei immer alle ab. Ich start gleich mal unsere Erntemaschine. Was meinst du? Ja. Bestimmt wieder fertig, hoffentlich. Es sollte ja eigentlich alles weiter gewachsen sein. Ja, guck erst mal. Chunks waren ja geladen. Ja, wir haben die ja auch erneuert da. Oder, also ich hab da ja ein bisschen noch dann rumgebastelt offline, dass das besser geht. Die ist fertig. Die Etage ist auch fertig. Dann ist die ganz oben ja auch fertig. Ja, gut, ist fertig. Dann gehen wir mal zu... Zu, zu Buttonwarp. Ernte. Gibt's sogar noch. Und an. So, jetzt haben wir viel Spaß, Justin. La, 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 la. Kommt oben schon was? Gehen wir mal an den vierten Stock hier. Oh, das war zweiter Stock. Ich wollte vierten, dritten. Oh, ich hör's schon. Da kommt grad das Wasser angeschwemmt. Okay. Hier war das grad ein bisschen suboptimal. Sind hier kaputt gegangen. Äh, was war das jetzt genau so? Hm, das war jetzt grad ein bisschen suboptimal, was das hier war. Naja, egal. Da geht's gerade runter. Hier ist es schon runtergeflossen. Hier. Ups. Gehen wir mal zu überhaupt Ernte. Oh. Hier ist noch am Fließen. Also, gehen wir mal zu Ernte. Da haben wir's doch. So, und dann sammeln wir jetzt hier schon mal ein. So. Bleiben wir jetzt hier einfach mal stehen und sammeln hier mal einmal unsere Sachen ein. Oh, Alter. Kommt ja mal wieder was raus. Doch. Zack, 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 zack. Ganz ehrlich, ich mach einfach mal eine extra, äh, hier, Schleimballkiste, Slimeboil-Dingssaukiste halt. Zack, 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 zack. Nimm schon mal ein paar Samen mit. Kann ich gebrauchen. Mann, wie scheiße hier nicht einfach drin liegt, ey. Das geht gar nicht. Alter, was ist denn das hier, Alter? Wie viel dann immer noch ankommt, ey. Hatten wir nicht auch mal Kartoffeln angepflanzt? Ja, ganz oben. Da müssen Kartoffeln und Karotten noch mit runterkommen. Eigentlich. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt ist mein Inventar voll mit Samen und Dingsterbums da. Ich schmeiß mal eben kurz ein paar Samen und ein paar Weizen-Dinger raus. Weil so viel werde ich da eh nicht von brauchen. Wie hier gerade ankommt. Ich hab jetzt schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben, fast sieben Stacks, äh, davon gekriegt. Jetzt kommt anscheinend auch nichts mehr. Ich hab keine Kartoffeln gekriegt. Kann das sein, dass die nicht... Ach, die sind doch letztes Mal verschwunden, oder? Sind sie? Ja, ich meine, die sind verschwunden. Oh, hier liegt auch noch was. Hier ist einfach rübergeschwärmt. Das ist aber scheiße, weil ich weiß... Ich glaub, wir haben keine Karotten mehr, oder? Na, Karotten haben wir nicht. Eine Kartoffel hab ich hier noch im Inventar, aber Karotten... Glaub ich nicht. Ich glaub, die sind letztes Mal verschwunden. Ich meine es, weil hier kommt nämlich auch nichts mehr an. Wieso sind die verschwunden? Ich glaub, das war irgendwie so, ähm, weil wir da zu lang gewartet haben. Weil wir da nicht mehr dran gedacht haben. Achso. Weil wir ein bisschen unfähig waren. So, jetzt erst mal eine neue Flasche. Ich geh dann gleich mal hier auf vierter Stock. So, ich bin jetzt mal ganz oben. Ich geh in dritten. Sollte jetzt ja eigentlich schon wieder alles... Hier ist ja wirklich gar nichts mehr. Hier fliegt immer noch alles. Hier fliegen nur manchmal noch ein paar Sachen rum, die halt hier noch ein bisschen rumbacken. Ja, die paar Sachen sind ja nicht schlimm. Ah, ich mein, wir haben genug Stacks unten. Okay, hier ist grad was wieder in der Tür hängen geblieben. Wir müssen halt drauf achten, dass wir die Türen immer wieder zumachen, wenn wir reingehen. Ja, ich hab vergessen, die zuzumachen. Also, ich war eigentlich... Also, die waren gar nicht, äh, zu. Das hab ich aber auch erst gemerkt, als das Dings der Münster an war. So, brauchst du noch Stacks? Ja. Ich hab so viele Stacks im Inventar. Hier, hier, hier. Hier, hier. Ach, renn doch weg. Ach, warte, ganz oben müssen wir jetzt erst mal... Ich hatte ja eben noch keine Dings da, Bums da und so. So, ich fang einfach mal von ganz hinten an und arbeite mich nach vorne. Ja, ich fang lieber so rum an, sonst falle ich rückwärts runter. Das kommt dann nicht ganz so gut. Oh, haben wir ne Hacke dabei? Ach, ne. Ich hab schon gesehen, dass hier manche... Bin ich jetzt so faul, das wieder auszuflicken? Ich glaub, unten haben wir in irgendeiner Kiste eine. Oder? Ne, in der unteren Farmkiste hatten wir keine. Oh. Soweit wie ich gesehen hab. Naja, dann gibt's wahrscheinlich auch keine mehr hier. So. Hätte ja sein können. Hätte, hätte, hätte. Fahrrad, hätte. Hm, du mich auch. Hm, du mich auch. Ey, was ist denn das eigentlich hier wieder für Musik, ey? Da kriegst du Anfälle von, ey. Ich nicht, die ist denn. Random. Ach, das Lied hatten wir auch schon. So. Das noch nicht. So, jetzt ist die, ähm, vierte und dritte Etage fertig. Ich weiß ja nicht, ob du mit der zweiten fertig bist. Fast. Eins, zwei, drei, vier, fertig. Trolalalalalalalalalalalalalalal. Ich geh mal ganz nach hinten bei der Dings, da von dem Startbayer. Ja. Bei der Etage hier. So. hast du überhaupt noch was ich habe noch so viel stecks im inventar ich habe noch wo lag kurzer frame drop und mich nicht weil ich habe gleich nur noch ein stack aber das ist manchmal so ein bisschen dumm manchmal ist halt so ein kleiner frame dort bei minecraft meine kraft finde ich extrem lustig so ich gehe schon ganz hinten durch und ich fange hier vorne an zack 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 bling 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 müssen wir uns zeitgleich noch mal links da holen so das war's habe ich nicht zombies paar sachen karotten brauchen wir noch eine kartoffel habe ich ja hier noch im inventar hier ist zombie hallo guten tag ich mache einfach mal hier in der mitte vom weizen eine kartoffel pflanze ich damit an okay mach das warte ich gehe mal eben kurz nach unten da da muss ich noch ein bisschen weiter bepflanzen ich habe keine samen mehr gehabt ach so das dritte fällt oder so ich hatte keine und hier patrick der wo ich drauf steht das ist eine kartoffel ja ich sehe ich sehe gerade gar keinen unterschied machen wir bitte die türen zu ich bringe da mal eben mal kurz den rest vom fest nach unten in die kiste zack 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 alle wie viel samen das ja was sind wir können auch hier und dann ernte hallo ich bin hinter dir ja ich habe schon alle samen reingeschmissen und die ganzen stacks von weizen rausgeholt hier habe ich auch noch kein button war abgemacht um mal wieder rauszukommen jetzt gehen wir mal zum support kam ich glaube dadurch keinen bock mehr nachdem ich drei stunden dann saß ja die ganzen button war abs zu machen ja mindestens kann man irgendwie kann man irgendwie verstehen kann man irgendwie verstehen so in welche kiste tun wir denn das hier ich tue das jetzt einfach mal eine neue rein kohle kommt hier einfach weizen rein so dass dann die farming kiste dann gehe ich jetzt mal nach draußen und ernte da noch das weizen ab sollte ja auch noch was da sein und wir müssen jetzt mal gucken vielleicht könnten wir haben draußen noch weizen haben wir die farben nicht mal abgerissen gehabt haben wir nicht anscheinend ach wir haben ja sogar noch eine farben die kürbisse könnten wir obwohl nee das geht ja gar nicht die muss man ja per hand abschlagen die kürbisse mit der axt geht schneller ich weiß so hätte ja sein können dass das nicht weiß hallo gott hey justin in den anderen ich hab'n gecheckt hab äh texture pack sah das besser aus bloß bei welchem war das ich glaub da hatten wir auch das x-mas texture pack von der honeyball lp so zack 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 bam scheiß skelett greift mich das von hinten an den enchantenten bogen er geht gar nicht aber danke für den enchantenten bogen nee der hat mir glaub ich stecke 1 bogen ich hab hier noch ein flammer eins schlag 2 in stecke 4 4 aber ich dachte gerade das hat ein skelett gedroppt aber das hat nur einen kaputten stecke 1 bogen gedroppt ich dachte gerade wenn sowas ein skelett droppen würde das wäre der hammer wir müssen aber irgendwie auch mal eine monster farm bauen glaube ich habe ich so ein creeper ist in der schweine fahren da gehe ich lieber nicht zu nah ran ne der die spawnen der ihren gleich irgendwann und jetzt habe ich den zombie da noch mit reingeschlagen hat nur noch ein schlag gefehlt bis der tod ist war den tötig alter wie viele kühler schon wieder sind ey wow creeper creeper boah alter oh hier war schon mal vorher ein creeper loch guck mal ja ich weiß ich hab auch meine ganze erde weggepackt gerade und ich hab hier gerade mal den creeper gekillt der hier drin war aber viel zu laut viel zu viele geräusche warte mal kurz muss man mal eben kurz einmal muten auf der seite kein tor ups so jetzt reichts wieder ist da wieder ist die irgendeine hat es wieder soundbugs nein ey guck mal nein warum wird das eis wenn ich da hingehe so was wird eis egal ich habe gerade wasser gesetzt um hier einen block hinzubauen ich habe also ich will raus nein keiner springt da drauf ha du wolltest drauf springen hast du aber nicht geschafft guck mal wollen wir wieder kühe umbringen weiß ich nicht oder vermehren vermehren passt eher ich habe hier mal so ein bisschen unsere hier hier diese diese warzen fahren landeser warzen fahren oder wie auch immer das ist so genug wird einfach irgendwas zusammen so jetzt haben noch haben noch ein paar Buch 3 und er hat sich auch hatten für einen Einbruch so sind vorhin du ob es das einfach so der Bild springt die Form mit einmal ganz kurz zu erzeugen für eine halbe Sekunde also so klacken werden war es hier ist bei mir auch so dass es irgendwie beim Einkauf drinnen also bei der Jahrhundert wie keine Ahnung Dumas an die extra eingebaut da willst du damit sagen haben die extra eingebaut und damit Letzt Player immer so schnell in der Kuh er ist ein halb draußen jetzt wieder drin so eine Babykuh die ging hier gerade so halb im Zaun und halb draußen rausgebackt anscheinend so was wollen wir jetzt eigentlich machen weiß ich nicht keine Ahnung wollen wir vielleicht irgendwie ein neues Haus bauen weiß ich nicht